Was bisher geschah Ich bin viel stärker als du Der Yugi-Tuber Shiok LP wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden Ebenso wurde der leblose Körper von Eugen Hyde auf einem der CCG-Events entdeckt Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Ich habe sie alle getötet Die Seite in mir wird stärker, ich merke es Ich muss herausfinden, wann sie erwacht ist Aber ich kann mich einfach nicht erinnern Jetzt erst einmal Itty Canterbury dran Ich werde versuchen ihn nicht zu töten Los geht, ich fange an Ich rufe erstmal Dante mit 3 Karten verdeckt Nee, das lasse ich nicht zu Er spielt Hero Da hat er sich das falsche Deck ausgesucht Ich bin ihn überlegen Norden? Nee, das lasse ich ihm auch nicht zu Aha, okay Deshalb also 2 Karten verdeckt Den Schaden musste ich wohl nehmen Ich muss erstmal ablocken Mal sehen, was er macht Ist ja nichts, ich blockiere ihn jetzt Perfekt, Terrorkreisel Jetzt kann ich mir ein gebännisches Monster wiederholen Und in ein weiteres Rang 3 Exit gehen Oh, da habe ich ja was Schönes getroffen So, ich habe die Kontrolle zurück Ich bekomme langsam die Lust ihn zu töten Was macht er denn? Er fordert sein Glück auch echt heraus Das bringt doch gar nichts Ich gehe auf Nummer sicher Und gebe ihm noch eine Chance Das hält mir nicht auf Ich werde ihm jetzt erstmal die Ressourcen nehmen Und dann noch eine Karte verdecken Und dann wird es jetzt wohl sein letzter Spielzug werden Er versucht wenigstens was Aber ich halte ihn auch Fusionieren? Unerwartet Dennoch nutzlos Ich wollte ihn ja nicht töten Aber er will es anscheinend so Nur das eine Monster als Schutz Was denkt er gegen wen er spielt? Ich werde ihn mit Freuden von seinem Leib entlösen Erstmal nehme ich ihm sein Monster Jetzt wo es wächst, ist er schutzlos Viel zu einfach Das war's Ich habe es schon wieder getan Ich bin zu schwach Ich will gar nicht mehr gegen ankämpfen Es ist ein hoffnungsloser Kampf Ich kann einfach nicht gewinnen Richtig erkannt Ab jetzt übernehme ich Ich gebe mich einfach auf Was ist ein hoffnungsloser Kampf Was ist ein hoffnungsloser Kampf